Wie ist der Pfarrer für die katholischen Christen in Zweibrücken? Mein Name ist Wolfgang Emanuel und ich freue mich, wenn wir im nächsten Jahr gemeinsam eure Kommunion feiern können. Bis dahin werden wir versuchen, auf diesem Weg miteinander Kontakt zu halten und hoffen, dass die Corona-Krise bald vorbei ist und wir dann auch wieder, so wie wir das gewöhnt sind, uns persönlich treffen können. Bis dahin bleibt alle gesund und herzliche Grüße. Euer Pfarrer Wolfgang Emanuel. Bis dahin bleibt. Bis dahin bleibt. Bis dahin bleibt.